Guten Morgen, heute ist Sponsored Walk der Kaiserin Augusta Schule. Hier die Pappeln rauschen und wir laufen am Rhein entlang. Ich finde das ist wunderschön. Ich nenne das hier wortwörtlich Sponsored Walk. Ich laufe hier, ich spaziere und genieße es. Ich bin aber auch schwer beeindruckt, wie schnell die Schüler hier rumlaufen. Und ich bin mal gespannt, wie viel alle Leute schaffen. Ich habe natürlich keine Karte, ich bin eine sehr unverblickliche Schülerin. Aber das ist der erste Stempel und ich bin mal gespannt, wie viel Stempel ich schaffe und wie viel Stempel die schnellen Leute hier schaffen, die mich hier ständig überholen, habe ich den Eindruck. Aber es macht riesig Spaß. Und weit hinten sehen wir natürlich auch den Kölner Dom. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017